Bummm!! Woosaaaa slightly So, dann gucken wir mal Jetzt schießen wir auch wieder ein paar Leute ab Ja Ooooooh, du mir mal eingefallen Hm? Hör auf ins Dicke rufen rein zu fressen Ich mach das doch nicht mit Absicht Naja, dann machst du doch alles Du machst aus Du kannst ja nicht mal stellen die an, aus, an, aus Wo ist er denn? Hast du schon genommen? Jaja Gefängnis? Baden oder Prison Oder wollen wir erstmal, äh Hemlock kurz absichern Ich des sie uns von links rinnen Wir können auch direkt gleich noch Hemlock rennen Da ist es eh gerade dort drüben gleich Okay Im Endeffekt scheißegal Ich hoffe sowieso, dass es nicht Prison ist Ja Oh, guende ja Hier ist jemand Jetzt steh ich, nimm den Keks Ich glaube sie haben den schon Ich glaube sie haben den schon Und eine andere Seite, wa? Ich glaube sie haben den Keks Und dann Ich habe den Keks Was haben wir jetzt gemacht? Ja... Du gemacht? Farscht Nee Doch, hier ist Tür offen Doch, doch, die sind noch Lumber weiter Ja Hm, Nicole ist immer noch offen Naja, aber die sind definitiv noch Lumber weiter Ja Pass auf die Hive hier oben auf So, wo ist ja du in Lumber? Okay, da hinten hoch Ja, die kommt zurück Die kommen zurück, die Binge Doodles Ich glaube direkt auf mich zu Die einen da vorne, die laufen über die Brücke, glaube ich Hm Stroh hold du die Ja Headshot ist da und der mit dem Stroh hold Ja Und vor mir der andere Ja, hat mich getroffen mit der Uppercut Pass mal auf der Ja, ja, hab ich ja Entweder links oder rechts von der Brücke ist er Sind wieder am Start Ja, links ist er Ja, da hat er nicht gesehen Hat'n Hit? Ja 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 Genau, natürlich Quickswap Meister Ach War er noch hinter der Holzdinger? Ja Der hat nen Hit schon Der heilt sich mit Sicherheit jetzt Ach komm ey Immer diese Quickswap Arschficker ey Sorry Ich muss ja auf den Sack rechts War er Hat'n Hit Ja Wie er mich wieder trifft Heilt mich lieber vorher, da machte ich ja Quickswap nämlich So hat er mich und mich auch bekommen Quickswap Quickswap WANT Ja Er lieb Er pusht mich Ja, er zündet mich an Ja, er zündet mich an Heil dich sonst nicht Ja Er ist hier schon wieder Weiß leider nicht wo er ist Ich denk immer noch beim Holzstorpel Da hat er das beste Cover Das ist ein anderer, oder? Nein, nein, nein Ja Ja, vor allem Sehr schön Nein, nein Ich selber tue ich Sorry, Dude Aber ich hab auch keine Heilung, wenn doch Einen Medikspritzer noch Na, ein bisschen breit Weil ich mich verbrenne durch den Schloss sie Beziehungsweise zwei Alter, zum Glück Ich bin so froh, dass sie den Scheiß nerfen ey Sonst ist das noch aus Ja Äh, noch aus Äh, kosten Die letzten paar Tage Die ganzen Spasten Die anders nicht spielen können Und dann ist es vorbei Ja Mit dem Scheiß ey Klau mir mal die Uppercut von dem hier Ich hab's genau gesehen ey Wir haben uns gegenseitig getroffen Und sein Und dann hab er Hab ich den Quickswap gesehen Und wusste ich bin tot Wenn er den jetzt trifft Bin ich tot Ja Ja Wie viel hast du noch? Auch hier ist ne Kasse Ja, ja Ich muss bei den Dingen Ja, ja Den Na sag's mal Oh, sweet belly Ich bin Spanish bekommen Ja Willst du die Kasse noch holen, oder? Nicht? Da oben Ich bin Spanish nicht bekommen, dann sieht's übel aus Ja Ja, mir gehen 50 Leben ab Boah, in unserem Bereich sind nur oben Bei Windy, äh, Supplywagen Na genau, jetzt kommt ihr an point Ja Nein Ja pack Das ist Nein Heart Ich kann nicht Oh, genau daneben Oh, das ist jetzt natürlich scheiße Pass auf, hier ist ein Immo hier hinter der Schiene Aber die bei Sweet Bell, das, ich denke, das ist auch schon einer Neut, bleib nicht an der Dürich Pass auf, da vorne steht, so kriegt die Räden Es weiß, scheiß Assassin Hier liegt doch nichts rum, ne? Doch, hier eine Axt Pass auf, die Fenster auf Nicht zu mir, nicht zu mir, danke Ja Alter, hier liegt nur irgendwo irgendwas Ah, hier liegt auch Oh, was macht der denn hier drinnen? Ja, hast du dich mitgebracht? Ja, hast du dich mit drin gebar? Die Tür zugelassen Äh, aufgemacht, ja Die Tür ist offen Geh weg, ge weg, ge weg Da draußen sind welche Hast du hier? Hast du hier gehört? Die kommen ja in vier rin Ja Ja Bin schon drinnen, oben Ne, einer ist raus, ich sprung hier oben Der war erst drin Der war schon drinnen, ist abgehauen Ach, er hat Pumpe Oh, oh Sind beide hier drüben bei mir Und die Bounty, Leute Hier oben, oben Ja Ja, hit Draußen oder was? Ja, ist down, der eine Brauchen wir nur noch Brauchen wir nur noch Ich kann, das ist fest, da kann ich nicht picken, Marcel Kannst nicht picken? Ne, ich kann, ich kann es nicht picken Ich habe 50 weniger Leben Ach so Scheiße Ich dachte, du hast nur eh einen Balken verloren Ne, ne, ne Ach, warte mal Ne, scheiße Natürlich kann ich picken, sorry Ja Die Bounty, Leute sind aber direkt irgendwo vor uns, ne Okay, aber der Ich habe gerade dritt, ich muss die Seite hin Ich bin beim Bagger noch gesehen, gut Ja, der wird von den Bounty, Leute attackiert, ne Schön Der ist hier oben drin, ne Jaja, genau Aber hier sind doch die Hast du den mit der Pumpe oder einen anderen gekillt? Den mit der Pumpe auch gekillt Nice Pass auf, hier schießen noch welche rinnen Die Bounty, Leute, ne Kann dir dann da drüben nicht helfen, wenn du jetzt rausgehst Nice Sind unten bei mir hier die Bounty, Leute? Wohin Wo ist die denn? Down Schön Das war aber nicht der Bounty, Mann, oder? Ne Ne Gehen hier die Leiter hoch? Der hat einen Blutspritze am Gesicht und ist aber kein Headshot Die kommen jetzt hier bei mir, Digga Ja, ja, ja Bist du wieder drinnen? Ja Oh, Würfert, Würfert Hab Bounty Sind beide oben drinnen Willst du nicht die Bounty holen? Ne, ne, ne Ich bin hinter denen Oh, Würfert drin Thank you, Dudes Läuft mal wieder Es keiner mehr da Ah, ok Uh Ich hab ihn nicht gesehen, Mann, mit seinem Ich dachte, der ist unten, ich hab den im Matsch gehört gerade noch Ja, hier unten ist vielleicht manchmal ein bisschen mit Matsch, ja Ja, ne, weil der plötzlich mit seinem Crossbow hintermischt war und deswegen Hast du da irgendwo noch einen Medik gefunden? Äh Ne Andere Bounty musst du noch holen Ja Was ist denn jetzt los? Warum ist denn das Ding hier wieder zu? Hast du das wieder zugemacht? Ne Den hier loot ich auch noch Oh, der hat zwei Upper Cuts Nehm ich natürlich mal Alter, wir haben hier alles zu Das hier Das hier Gehen wir zu Windy, oder? Mhm Warum hast du kein volles Leben, oder was? Doch Äh, nur, nichts mehr zum Heilen Ja Wir haben hier einen Supplywagen bei Arden Können wir ja kurz mal da so Daran gehen Ne, bei Windy auch Alles klar Falls Pfff Ist da was passiert Was ist das? Okay Nee alles gut Was ist los? Ne, ich hab fast den Immo, der hätte mich überrannt Achso, ich hab mir doch gedacht Was ist das? 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 Oh, 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 oh. Die haben es halt wieder überhaupt nicht gecheckt, ey. Ne. Der eine Typ, äh, die haben beide einfach, also den Zweiten mit dem Cross hab ich leider nicht gesehen, aber... Der mit dem Cross werde nur den Gang runter in deine Richtung missbraucht. Ne, und wo er dann auf dich geaimt hat, hat er mich vergessen. Ja, ich hab leider unsere Hau... Huuuuh. Voll raus, Frau. Aber egal. Na, mal halt raus, ich trau. Das ist ja nett von ihnen, dass sie uns das Bounty vorbeigebracht haben. Ach. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017